Ja, liebe Freunde des Modellbahnhof Stockheim, ich freue mich ganz herzlich Ihnen heute die Ankündigung zukommen zu lassen, dass das große Bahnhofsfest am Wochenende bevorsteht. Und dafür bieten wir natürlich wieder ein sehr umfangreiches Programm. Gleich ein wenig mehr. Ja, herzlich willkommen noch mal zum diesjährigen Bahnhofsfest. Das findet wie immer bei uns vor dem Bahnhofsgebäude Stadt mit sehr vielen Attraktionen für klein und groß. Eine tolle große Tombola, Speisen und Getränke, Kaffeekuchen, Würstchen vom Grill. Dann hereinspaziert und herzlich willkommen zum diesjährigen Bahnhofsfest. Den Zug, den ihr eben im Modell gesehen habt, das ist der Sonderzug, der auch diesen Sonntag bei uns am Bahnhofsfest einfahren wird. Bei unserem Bahnhofsfest waren wir schon immer ein Fest für die ganze Familie. Wir haben einen Kinderspielplatz geöffnet, wir haben eine Kinderhilftburg, wir haben ein Kettenkarussell. Dort können sich die Kinder die Zeit vertreiben, während die Eltern im Biergarten sitzen. Im Obergeschoss angekommen, stehen wir jetzt hier vor einem Teil unseres Verkaufsmaterials. Dieses Mal zum ersten Mal beim Bahnhofsfest mit dabei, ein Verkaufsstand direkt von uns. Wir haben Brüderwagen, Personenwagen, Häuser, Lokmodelle und Gleismaterial zu verkaufen. Kommt gerne vorbei. Auch neu bei uns hier in unserem Lesezimmer eine sehr große Ausstellung von Rollmaterial in der Spurgröße H0 und H0E. Gehen wir einen Raum weiter. Hier haben wir einmal ein Autowerk von der Firma Siemens. Im Hintergrund haben wir Ausstellungen von Automodellen, aber auch natürlich wieder viel Rollmaterial zu verkaufen. Kommt vorbei. Schaut es euch ein. Ihr seid gern willkommen. Kommt vorbei. Untertitelung des ZDF, 2020